zu einem neuen Video heute mit Celtic Glasgow ich versuche um mit denen die Champions League gewinnen und das sind unsere Gegner eigentlich eine Meinung richtig leichte Gegner für mich so hier seht ihr die anderen Gruppen ja mal versucht die Gruppen da hab ich ein paar Teams draufgeschmissen die da gar nicht mehr hinten gehören zum Beispiel Hoffenheim, Monaco, Schalke da hab ich reingepackt Celtic, KJK, Zinke, FC Schalzi da Mimipol hier Tottenham Schachter Donetsk PSV, Eindhoven, Inter Mailand SSC, Neapel, Leipzig PSG, Namuzagreb ja Porto Lille Genk, Liverpool Bayern Young Boys Bern Cox City und Benfica Lissabon Montpellier, Real Madrid Frankfurt Manchester City und eine spannende Gruppe ähm ZSK, Barca, Rom, Prag äh ZSK Moskau FC Barcelona Aas, Rom und Slavia Prag Juventus Turin Ajax Amsterdam Borussia Dortmund FC Sevilla äh Valencia Sevilla ich vergessen ähm ZSK, Barca, Rom Einen Bundesliga-Ball Ach ja das muss ich noch zurück machen Alles klar ich bin ja wie ein Bundesliga-Ball von so viel aber das hat sie am Publikum ist immer gescheit was wird raus wie es ist es ist es ist es ist wie es ist wie es ist es ist wie es ist Dann wird Galatas hereigemommen. Oh, das fährt so schön. Ja, danke. Ja. Ja, da wollte ich nicht hin. Ja, toll. Warum zeigen die uns die Tabelle, wenn noch nicht mal einer gespielt hat? Ja. 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 Ich hab mal geguckt. Ja. Das ist klarisch, Stefan. Welke Mannschaft so und welchen K시다. Das hat mich aber gewundert, wie es in Niederlande ist. Ja. 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 Theater! Oh, wie geil wäre es so ein richtig schönes Tor! Mommy! Mommy? Vielen Dank. Hey, was hat er gelohnt? Hey, hör mal. Ich wechse mal Kontrolle. Ich weiß es. Es ist wieder dieser... Es ist wieder dieser Kontrolle, der... immer spinnt. Oh, Mann, Mann. Hett's next. Oh, Mann. 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 In die Branche, wo ich sie war. Keine Rote Karte. Egal. Was ist das? doch noch aber scheiße ja hier ist auch nichts wie soll ich noch mal ey das heißt ich will mir die normalen gucken und dann geht er mit Absicht ganz weg ich will ihn noch irgendwo angucken